Gehen wir nach rechts, 1, 2, 3, tipp, 1, 2, 3, tipp und links, 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 wiederholen, 1, 2, 3, tipp, 1, 2, 3, tipp und links und links und links. Die Arme mit links und links, beide nach vorn, rück und vorn, klatschen, noch mal, zur Seite und schließen, zur Seite und schließen, nach vorne, Seite hoch, wiederholen, Seite und schließen, Seite und schließen, nach, rück und vorn, hoch, das Knie geht hoch, rechts, hoch und hoch, links, dreht ein und ein, links, dreht hoch und hoch, links, dreht ein und ein. Gehen wir auf der Stelle und fangen alles wieder von vorne an und tipp und eindrehen, 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 noch mal, 1, 2, 3, tipp, 1, 2, 3, tipp, vor, 1, und die Arme gehen, stoppen, stoppen, vor, nach hinten gehen, nach vorne, nach vorne, und latschen, noch mal, 1, und wir beginnen wieder nach rechts und schließen, nach links und schließen, Arme hoch und das Knie geht wieder nach oben, nach oben, und eindrehen, noch mal, hoch, hoch, eindrehen, jetzt geht es 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, insgesamt 16 Mal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Und nach vorne hüpfen, wie Kraschern, nach Kraschern, zur Seite und schließen, zur Seite und schließen, nach vorne, Arme hoch, wiederholen, seit und schließt, seit und schließt, aus, Arme, und hoch, hoch, dreht ein, und das wiederholen wir jetzt, nochmal sechsmal, aus, hoch, links, dreht ein, weiter, und nach vorne, und schließt, die Arme öffnen, und den rechten Arme hoch, und schließt, die Arme öffnen, und den rechten Arme hoch, Vielen Dank!